Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einem neuen Interview der Woche. Ich begrüße Sie heute wieder aus dem Landtag Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind hier verabredet mit Torsten Renz, dem Fraktionsvorsitzenden der Landtagsfraktion der CDU. Herr Renz erstmal vielen Dank für das Interview. Es gab eine spannende Landtagswoche mit spannenden Themen. Hauptthema war eine Aussprache, eine Diskussion über 30 Jahre Deutsche Einheit, 30 Jahre Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube die Position der CDU ist da ziemlich klar. Ihre Meinung, es ist ziemlich viel passiert und ziemlich viel Gutes passiert. Auch ein herzliches Willkommen von mir. Für mich sind 30 Jahre Deutsche Einheit, 30 Jahre Land Mecklenburg-Vorpommern einfach eine Erfolgsgeschichte und es ist für mich das größte politische Ereignis, was ich live miterleben durfte. Deswegen bin ich stolz darauf, dabei gewesen zu sein, aber auch jetzt in den letzten Jahren aktiv mitgestalten zu können. Und wenn man diesen historischen Bezug sieht, der vollzogen wurde, die Teilung unseres Landes und dann, dass die DDR-Bürger die Mauer friedlich zum Einsturz gebracht haben und dann Helmut Kohl als Kanzler der Einheit die Fäden in die Hand genommen hat und die deutsche Einheit gestaltet hat, da kann ich nur sagen, wenn wir uns heute umschauen, dann sind wir auf dem Wege im wahrsten Sinne des Wortes, diese blühenden Landschaften auch zu erleben und weiter zu gestalten. Helmut Kohl hat ja blühende Landschaften versprochen. Von den Mühen der Ebene hat er nicht so viel gesprochen. Das heißt, es gab ja wirklich auch Täler, die durchschritten werden mussten und es gab ja wirklich sehr große Anstrengungen von allen natürlich in Ost und West, um diese Resultate, die wir heute haben, natürlich ein Stück weit möglich zu machen. Ja, es ist ganz klar. Dazu muss man natürlich sich hineinverdenken, wieder in die Zeit von 89, 90. Wie war die Situation? Die Situation war aus meiner Sicht so, die DDR hatte mit der Planwirtschaft abgewirtschaftet. Die Wirtschaft war in einem maroden Zustand. Das habe nicht ich festgestellt, sondern auch dieses sogenannte Schürer-Papier, das im ZK der SED vorgestellt wurde, hat es eindeutig zu Tage gefördert. Und insofern galt es dann, diese Erbschaft, diese Last, die wir dann auch hatten, besonders im wirtschaftlichen Bereich erfolgreich zu gestalten. Und wenn ich mich heute umschaue, insbesondere hier, wo wir stehen, dieses schöne Schloss, aber auch die Innenstädte in Schwerin und überall im Lande, dann kann ich sagen, das ist gelungen. Kaum können sich die Leute noch erinnern an diese grauen, tristen Innenstädte, gerade die historischen Gebäude, wie sie dem Verfall preisgegeben waren. Und wenn wir uns heute umschauen und durch die Städte gehen, dann kann ich nur sagen, insbesondere in diesem Bereich haben wir blühende Landschaften. Ja, da müssen wir Ihnen zustimmen. Das stimmt natürlich, wir haben blühende Landschaften, wir haben wunderschöne Innenstädte. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie es vor 30 Jahren in Rostock ausgesehen hat. Kohleheizung, alles in der Novemberzeit vernebelt und düster grau. Das hat sich natürlich gewandelt, dieses Bild. Herr Renz, aber nochmal die Frage, natürlich, die Städte sind aber nicht mehr so voll wie früher. Menschen hat es natürlich in die Altbundesländer gezogen. Ganze Gegenden sind ein Stück weit natürlich entsiedelt. Wir haben da auch Probleme. Selbstverständlich haben wir Probleme und insbesondere Anfang der 90er Jahre. Viele Menschen waren sicherlich auch ungeduldig und das hat natürlich die Abwanderung dann verstärkt. Viele Betriebe haben dicht gemacht. Die Arbeitslosigkeit stieg an und mit dieser Abwanderung, mit diesem demografischen Problem, was dadurch entstanden ist, haben wir natürlich heute auch noch zu kämpfen. Und das ist von heute auf morgen auch nicht umzudrehen. Und gerade die Generation, die, sag ich mal, arbeitstechnisch die Zeit gestalten sollte, die 30- bis 50-Jährigen, die sind abgewandert und die fehlen uns. Und auch die Kinder, die dann geboren werden, sollten hier in unserem Bereich, die konnten dann nicht hier geboren werden, sondern das sind natürlich Dinge, die die demografische Entwicklung insbesondere im Osten Deutschlands erschwert haben. Welche Probleme kommen auf das Land jetzt zu? Also gerade was Demografie anbelangt. Wo sehen Sie da die besonderen Herausforderungen? Na, heute ist es generell ja aus meiner Sicht ein gesamtdeutsches Problem. Also wenn wir eine Geburtenrate haben, die unter zwei beträgt, dann ist klar, dass die Bevölkerung an sich schrumpft. Und dann haben wir auch noch das Problem, dass wir sicherlich glücklicherweise alle viel, viel älter werden. Aber wenn wir uns dann diese demografische Pyramide anschauen, dann ist es natürlich auch so, wir werden nicht nur weniger, sondern wir sind als Gesellschaft auch älter. Und da müssen wir natürlich entsprechend mit unseren Maßnahmen, ob das im wirtschaftlichen oder sozialen Bereich ist, gegensteuern. Ja, wenn Sie auf Ihre Branche gucken, aus der Sie selber kommen, Sie sind Berufsschullehrer. Und gerade Berufsschullehrer, da zeichnet sich auch zum Beispiel ein demografischer Engpass ab, wenn da nicht wirklich energisch gegengesteuert wird. Wird energisch gegengesteuert? Haben Sie das Gefühl? Machen Sie hier im Landtag aus dem Landtag heraus genug? Sie meinen jetzt ganz konkret die Altersstruktur der Berufsschullehrer? Genau. Gut, ich gehöre jetzt ja rein praktisch gesehen zu denen, die, jetzt muss ich kurz überschlagen, ja aber im Prinzip zur 30er-Generation in der Wendezeit. Und ich selbst bin auch alterstechnisch hochgewachsen. Ich war aber einer der wenigen, auf deutsch gesagt, die da waren. Aber das gilt nicht nur für den Bereich der Berufsschullehrer oder der Lehrer allgemein und insgesamt, sondern im Prinzip in allen Bereichen, ob das bei der Polizei ist, bei der Justiz. Wir sind alterstechnisch 30 Jahre angewachsen und haben es auch in gewisser Weise versäumt, die Pyramide unten mit jungen Leuten sozusagen aufzufüllen. Insofern haben wir die Herausforderung in allen Bereichen und ja, die Politik ist gefragt, jetzt schnellstmöglich Lösungen und Antworten zu finden. Ein Ansatz, warum ich dieses Interview angefragt habe, Herr Renz, ist natürlich auch ein Brief, den Sie geschrieben haben. Einen offenen Brief an die Medien auch, wo es um Unterstützung von privatem Lokalfernsehen geht und auch von privatem Hörfunk. Vor dem Hintergrund, dass natürlich auch die Medien, ob es öffentlich-rechtlich oder private sind, diesen Vereinigungsprozess der letzten 30 Jahre natürlich auch intensiv mitbegleitet haben. Warum dieser Brief? Ja, erstmal muss ich nochmal klarstellen, so ganz offen war der Brief nicht. Ich arbeite ja auch vertrauensvoll mit unserem Koalitionspartner zusammen. Den habe ich informiert und angeschrieben und auf das Thema hingewiesen. Habe natürlich dann auch Betroffene darüber informiert, daraus will ich auch kein Geheimnis machen, dass wir unbedingt mit dem Koalitionspartner in Gespräche gehen müssen. Und wenn ich die Situation kurz beschreiben darf, aus meiner Sicht, klar ist es so gewesen, dass viele auf uns zugekommen sind aus ihrem Bereich, aus ihrer Branche. Das ist nicht nur der private Rundfunk, sondern auch der Hörfunk und haben ihre Situation dargestellt. Und die Situation stellt sich wie folgt dar, dass die Corona-Krise, die Pandemie ja auch dafür sorgt, dass in ihrem Bereich Umsatzeinbrüche entstehen. So will ich das mal formulieren. Und nun stellt sich die Frage, soll Politik dort helfen? Und wenn ich die Situation betrachte, aus meiner Sicht, dann sage ich, im digitalen Zeitalter, in dem wir uns befinden, wo auch das Thema Information für den Bürger ein zentrales Thema ist, Fake News sage ich mal nur als Stichwort, dann glaube ich schon, dass neben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, auch neben der Zeitungslandschaft, Sie als privates Fernsehen, aber auch der private Rundfunk an sich wichtig sind, um dem Bürger ein Angebot zu machen, um seriös und objektiv zu informieren. Aus meiner Sicht kommen Sie dieser Aufgabe ganz klar nach. Und insofern sage ich mal, Sie sind für mich systemrelevant, dass diese Informationspolitik, dass das Angebot gegenüber dem Bürger stattfindet. Und wenn Sie systemrelevant sind, so wie ich das formuliere, und Sie aufgrund der Krise finanzielle Schwierigkeiten haben, dann glaube ich, ist es richtig, dass Politik handelt und Unterstützungsangebote macht, dass Sie weiterhin seriös, objektiv die Bürger informieren können. Ja, für uns ist das ganz wichtig, weil wir natürlich auch glauben, da einen wichtigen Auftrag zu erfüllen. Weil wir regional und lokal vor Ort sind, in den Kommunen natürlich und ganz konkret natürlich dort den Bürger auch ansprechen. Ich habe immer das Gefühl, aus Schweriner Perspektive wird das gar nicht so oft wahrgenommen, was dort für Arbeit vor Ort geleistet wird, weil die Regionalsender ja in Greifswald oder Neubrandenburg oder Rostock natürlich vor allen Dingen vor Ort arbeiten. Wie kann man diese Wahrnehmung noch verbessern? Wenn das Ihre Wahrnehmung ist, dann kann ich dem ja nur bedingt widersprechen. Also ich nehme für mich in Anspruch und ich kenne auch viele meiner Kollegen, die hier in Schwerin arbeiten und tätig sind. Aber gleichzeitig als Abgeordnete sind wir vor Ort verankert. Ich komme zum Beispiel in Güstrow, da gibt es Güstrow TV und auch ich schaue mir regelmäßig diesen Sender an. Insofern weiß ich schon, die Informationen, die ich dort bekomme, auch im regionalen Bereich sehr wohl zu schätzen. Das heißt, wir sind auch aus meiner Sicht die aktiven Politiker in Gesprächen, kennen die Situation vor Ort und ich wurde von vielen Kollegen in dieser Frage auch angesprochen und deswegen haben wir dieses Thema auch aufgegriffen. Ja, dann trage ich ja Eulen nach Athen. Wir als Lokalsender bedanken uns natürlich für diese Unterstützung in Corona-Zeiten. Für uns extrem wichtig, weil Sie haben es beschrieben, auch Umsatzeinbrüche letztendlich zu verzeichnen sind und die Situation nicht gefestigt ist. Wie geht es weiter insgesamt mit der Corona-Hilfspolitik des Landes? Wir haben auch auf Landesseite natürlich Finanzausfälle zu beklagen. Sie haben die Kommunen, Sie wollen die Kommunen unterstützen, natürlich auch mit Finanzpaketen. 2020 ist da das Jahr wahrscheinlich, wo Großpakete geschnürt werden. 2021, wie sieht es da aus? Also aus meiner Sicht müssen wir die Situation erstmal grundlegend betrachten und die Frage ist, wenn ganz Deutschland, sprich der Bund, das Land und aber auch die kommunale Ebene Einnahmeverluste haben in Größenordnung und gleichzeitig aber auch die Ausgabensituation sich ja aufgrund von vielen Maßnahmen, die wir im Zusammenhang mit Corona treffen müssen, sich sozusagen verschlechtert. Also die Ausgabensituation nimmt zu. Dann müssen wir natürlich uns die Frage stellen, wer soll wie dieses Problem lösen? Da kann man immer schön sagen, ja alle zusammen, weil wir alle in einem Boot sitzen. Ich glaube aber jetzt in diesem konkreten Fall kann die kommunale Ebene diese Aufgabe nur bedingt leisten. Und deswegen ist glaube ich der richtige Ansatz, dass der Bund und das Land über Neuverschuldung diese Krisensituation meistern muss und wird. Das heißt, wir werden einen Nachtragshaushalt in diesem Lande auf den Weg bringen. Das heißt, wir werden in die Neuverschuldung gehen und der kommunalen Ebene, aber auch dann der Wirtschaft oder der Branchen wie ihn über Hilfspakete aus dem MV-Schutzfonds Unterstützung zukommen lassen. Wir können das nicht dieser kommunalen Ebene überlassen, dass die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker diese Aufgabe wuppen sollen. Ich glaube, es ist der falsche Weg, sondern der Hebel zum Handeln liegt beim Land und beim Bund und dieser Verantwortung werden wir uns stellen. Sie haben es beschrieben, Ihre Aufgaben resultieren aus dem, was Sie beschrieben haben, nämlich kommunale Hilfen zum Beispiel zu organisieren. Was wünschen Sie sich für den Rest des Jahres natürlich auch von den Bürgern hier des Landes? Es wird ja natürlich eine gewisse Unzufriedenheit mit Corona-Maßnahmen, mit Regeln. Gibt es ja gerade in Mecklenburg-Vorpommern, weil wir sagen, wir sind hier das Land, wo wir ganz wenig Fälle nur zu verzeichnen haben im Gegensatz zu anderen Gebieten. Aus meiner Sicht gilt es für uns immer wieder laufend als Politik, das, was wir an Maßnahmen getroffen haben, zu überprüfen, zu hinterfragen. Ich kann es auch noch nicht abschließend einschätzen, wie wird sich jetzt gerade mit Blick auf den Herbst mit möglichen Grippewellen im Zusammenhang dann auch mit Corona-Fällen die Situation entwickeln. Das muss man ständig auf den Prüfstand aus meiner Sicht stellen und aber dann auch in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen handeln, Maßnahmen treffen, entweder in die eine oder in die andere Richtung. Also dieser Aufgabe stelle ich mich. Und wichtig ist immer wieder zu erklären, den Bürgern unsere Maßnahmen zu erklären, mit den Bürgern im Gespräch zu sein. Und dazu dienen dann aber auch Interviews, so wie wir sie jetzt führen. Dazu dient aber auch die die Unterstützungsmaßnahmen, die wir auf den Weg bringen, damit sie eben die Möglichkeit haben, objektiv und seriös weiter zu berichten. Herr Renz, einfache Antworten, wie zum Beispiel die Populisten hier in Mecklenburg-Vorpommern, haben Sie da nicht parat? Nein, ich glaube, diese Herausforderung, vor der wir alle stehen, und das ist ja immerhin eine weltweite Pandemie, also da wird es keine einfachen Antworten geben. Ich versuche immer zu erklären, ich nehme mir die Zeit und kann auch nur auf den Dialog verweisen, zu dem ich bereit bin, mit dem Bürger. Das habe ich auch gestern zum Beispiel wieder mit Besuchergruppen, mit Jugendlichen gemacht, getätigt. Das ist mein tägliches Geschäft und dafür stehe ich zur Verfügung. Und auf komplexe, schwierige Herausforderungen, einfache Antworten, dafür ist die Zeit aus meiner Sicht nicht da. Herr Renz, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie uns Antworten gegeben haben. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt, Interview der Woche.